Unsere asphaltierten Straßen werden in den nächsten Jahren durch veränderte klimatische Bedingungen unter Druck kommen. Obwohl Asphalt eine hohe Toleranz gegenüber hohen und tiefen Temperaturen hat, werden vor allem die zunehmende Sonneneinstrahlung und Starkregenereignisse unseren Straßen und asphaltierten Plätzen in Zukunft erheblich zusetzen. Man weiß heute, dass nicht nur UV-Licht den Asphalt altern lässt und ihn spröde macht, auch normales Sonnenlicht beschleunigt diese Alterung. Und trotz hoher Toleranz gegenüber sommerlichen Temperaturen wird Asphalt schon bei 30 Grad Lufttemperatur bis zu 60 Grad hess. Bei 40 Grad Lufttemperatur sind es sogar 80 Grad, welche dem Asphalt zusetzen. Was genau passiert nun? Ab 40 Grad im Asphalt beginnen Stoffe auszugasen, welche nicht nur die Klebekraft des Asphalts mindern, sie sind auch eine Belastung für die Umwelt. Denn sobald diese Gase eine bestimmte Höhe erreicht haben, kondensieren sie zu festen und flüssigen Partikeln. Diese, als Feinstaub belasten unsere Gesundheit. Wird Asphalt 60 Grad oder noch heißer, können wir diese Dämpfe auch riechen. Zudem wird heißer Asphalt auch anfälliger für Verformungen durch schwere Fahrzeuge. Die berüchtigten Spurrillen entstehen und füllen sich bei Regen mit Wasser. Und damit kommt die zweite Stressstufe, Starkregenereignisse. Nicht nur können sie Straßen unpassierbar machen, da die Abwassersysteme überlastet sind, das Wasser setzt auch der Verbindung Bitumensteine zu. Das Bitumen selber wäre gegenüber Wasser praktisch immun, wenn aber Licht und hohe Temperaturen den Bitumenfilm geschwächt haben, kann sich Wasser zwischen Bitumen und Steine schieben. Nun beginnt eine Kettenreaktion, welche zuerst unsichtbare, später sichtbare Risse erzeugt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich diese Risse als kleinere bis große Schlaglöcher zeigen. Als Gegenmaßnahme wird versucht, dem Asphalt Stoffe beizumischen, welche die Erwärmung abmindern bzw. den Asphalt kühlen. Das Einfachste davon ist Tau-Salz. Also jenes Salz, welches im Winter gegen Glatteis eingesetzt wird. Bei hohen Temperaturen kann es seinen Abkühlungseffekt ausspielen, welcher im Winter, durch Wärmeabgabe bei der Abkühlung, Eis zum Schmelzen bringen kann. Die Frage ist nur, ob die Umwelt eine solche Belastung durch Salze in Winter wie Sommer überhaupt verträgt. Denn das Salz landet ja irgendwann durch Regenwasser auf Feldern, in Bächen und unserem Trinkwassersystem. Ein neues Verfahren ist das Einlegen von Kunststoffschläuchen unter dem Asphalt. Ein Wasserkreislauf entzieht dem Asphalt die Wärme und führt sie ab. Dieses warme Wasser kann in Industrie oder Haushalten verwendet werden. Sinnvoll ist dieses Verfahren jedoch nur in Städten und für Parkplätze, da der Unterhalt nicht zu unterschätzen ist. Damit kommen wir zu einem biologisch unbedenklichen Stoff, welcher unsere Straßen wirksam vor Hitze und Starkregen schützen kann, Kohlenstoff aus Biomasseabfällen. Dieser Kohlenstoff in der Asphaltmischung schützt vor UV- und Sonnenlichteinstrahlung, hält den Asphalt durch seinen Kühlungseffekt auch bei hohen Temperaturen steifer und kann das Fünffache seines Gewichts an Wasser speichern. Bei Regen sättigt sich der Kohlenstoff mit Wasser und gibt es bei Trockenheit und hoher Hitze wieder ab. Dieser Klimaeffekt kann gerade auch in Städten in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Zusammen mit Stadtböhmen und Wasserrückhaltesystemen bei Starkregen bietet uns die Natur mit dem Biomasse-Kohlenstoff eine einfache und wirksame Lösung gegen die zwangsläufige Erwärmung.